Was geht ab, Leute? Und willkommen zu einer neuen Nicht-Lachen-Challenge. Und zwar habe ich jetzt hier ein neues Setup. Ja, ich habe ein neues Setup ingebaut, Leute, in meinem Wohnzimmer, wo ich denn so coole Videos machen kann, wo ich so rumspringen kann, ich kann rumgehen, ich kann alles Mögliche machen. Ich kann alles machen. Ich wollte so kurz demonstrieren, Leute. Also wir machen heute auf jeden Fall eine Nicht-Lachen-Challenge. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob wir heute lachen werden. Wir haben ja heute insgesamt fünf Leben am Start. Die Leben sind hier irgendwo eingeblendet. Und ich würde sagen, wir gehen rein ins Video. Mal gucken, was wir hier so haben. Okay, das war jetzt gar nicht so clever. Nein, der Boden! Bro! Was? Oh mein Gott! Allein seinen Blick! Okay, ich habe vergessen kurz, dass es eine Nicht-Lachen-Challenge ist. Also, ja, ein Leben weniger. Er sieht ein bisschen aus wie Mr. Bean, muss ich sagen. Aber nur so ein bisschen. Oh, aber Hauptsache das Baby hat nichts erwischt, ne? Leute, Hauptsache das Baby. Können wir kurz darüber reden, wie glücklich der da oben war, Leute, bevor er seinen Kopf gestoßen hat? Ey, der Arme, ohne Spaß. Also man darf grinsen, ja? Ihr dürft auch grinsen, aber nicht lachen. Ähm, ich glaube, das ist nicht so optimal. Okay, was passiert hier jetzt? Hat der gerade... Ja, der beste Regenschirm, Leute. Also das nenne ich meine V-Erfahrung, die man niemals vergessen wird, Leute. Okay, wir gucken. Oh nein, das Auto! Das Auto! Oh, ich hätte jetzt echt gerade gerne noch gesehen, wo das Auto hingerollt ist, Leute. Ob das noch irgendwie aufgehalten wurde, weil... Stell dir mal vor, das ist abgesperrt und rollt einfach weg. Und der Kollege ist hier am Ausrutschen, oder was? Oh ja, er ist... Oh nein, nicht Katzen-Videos. Nicht... Was machen die denn da, Leute? Yo, wo springt die? Yo, was macht die Spider-Cat, oder was? Oh nein. Okay, kurz den Laptop kaputt gebissen, Leute. Äh? Yo! Das stört einfach alles. Hä? Was geht bei der Katze ab? Die macht einfach... Alles kaputt. Oh, die Musik auch, ne? Okay, jetzt hier schön Weihnachten, Leute. Oh Gott, nein. Oh, oh, wer hat es auch immer gemacht, Leute? Hä? Was ist denn jetzt da gerade passiert? Aber lasst mal ein Like da, wenn ihr auch immer euren Kakao so gedreht habt. Ist das Glas kaputt gegangen? Ja, Tatsache, der hat das Glas kaputt gemacht, ne? Okay, 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 okay. Was war das jetzt gerade? Da muss ich mich gerade schon ein bisschen zusammenreißen. Der kam ein bisschen random, der kam ein bisschen random, Leute. Warum ist da ein Fernseher auf dem Boden? Und warum ist alles alle Beton? Äh. Oh, süß. Händchen halten. Ja. Montags. Oh, oh. Der ganze Schmerz, den man hat im Leben in einem Video, Leute. Ja, mit einem blauen Auge dann schön. Na, keine Milch? Klassiker. Klassiker. Okay. Okay, Achtung, frisch gewischt. What's good, bro? Do you know where the closest Chinese restaurant is? Oh, nein. Bad diarrhea from the taco. Oh, mein Gott. Guckt mal, Leute, pass auf, falls ihr noch nicht gesehen habt, er hat auf jeden Fall jetzt hier gerade das Schild hingestellt. Und da steht halt drauf, Achtung, es ist frisch gestrichen. Und er hat jetzt hinten, man kann schon sehen, ein bisschen was an einem T-Shirt angemacht. Das heißt, er denkt gleich, wir werden sehen, er denkt gleich, er hat auf jeden Fall auch Farbe hin dran. Also, ich hab ein Date. Alter, der hat gerade sein Handy weggeworfen. Und jetzt kaufen sie dem ein neues? Ein bisschen Fake wirkt das schon, Leute. Okay, alles klar, ein bisschen random ist einfach, also ich dachte, es ist ein normaler Prank, auf einmal kauft ihr am Ende ein iPhone, hä? Okay, was macht der kleine Racker jetzt hier mit dem Wasser, Leute? Ich bin gespannt. Yo, es war so klar. Es war so. Ey, was? Wow. Ey, auf einmal sieht er aus wie 60 Jahre alt, Leute. Das kann man doch keinem erzählen. Vor allem, das Ding ist, er macht doch einfach nichts, ne? Guck mal, er hängt da einfach so. Und er macht nichts. Er hängt da einfach so dran, Leute. Okay, der hat mich gekriegt. Okay, ja, okay, der hat mich gekriegt. Drei Leben haben wir noch, Leute. Wie viel habt ihr noch? Schreibt in die Kommentare. Yo, yo, auf einmal ist das Baby 80 Jahre alt. Macht sie gerade den Großvater nach, oder was? Nee, Vater, ne, bitte. Er hat keinen Bock mehr, ne? Warum ist er so sauer? Oh, der Arme. Ich hab nicht gelacht. Ich hab nicht gelacht. Ich hab mich zusammengerissen. Ich hab nicht gelacht. Auch wenn er schon so lustig ist, weil er halt voll wütend ist. Oh, der Arme. Ach, Snatcher-Filter sind schon fies für kleine Kinder, muss ich sagen. Hä? Hä? Der die Finger? Bumm. Der wollte einfach nur ein bisschen auf dem Handy chillen und so. Wird direkt hier begrapscht, Leute. Wie so ein Kuscheltier, Alter. Oh, na. Ladies love me. I got a big wheelie. What more could they want? And I've got, yeah, I've got guns. That's why I'm, that's why I'm gangster. Yo, swag. Ding. Boah, der war echt, der war richtig hart, Leute. Der war gerade richtig hart. Okay, was haben wir hier für ein Big Mac? Okay, Big Mac geht hier jetzt rein, Leute. Oh mein Gott. Yo, die... Hab ich nicht mitgerechnet? Muss ich zugeben? Hab ich nicht. War der gut? I'm built different. Nah, I'm built different. Boah, warum sind die heute so schwer? Wie gesagt, nur noch drei Leben, Leute. Müssen wir zusammenreißen. Und geht, 3 minus 1 ist 2. Was hat er denn da? Warum denn da? Warum denn da 3 minus 1 sind... Du hast auch schon 2 bis 2 gemacht. Ist 4. Hä? Warum sieht das so ein bisschen aus wie Head of Blood? Okay, das Ding ist, alles muss man mir lassen, Leute. Eine Sache muss man mir lassen. Er hat die Lyrics gut hinbekommen. Ja? Trotzdem wahrscheinlich 3 mal Nein. Aber was glaubt ihr, warum das gemacht hat? Er hat doch safe eine Wette verloren, oder nicht? Okay, das Handy ist da. Äh, ich glaube, das Handy ist kaputt, oder? Okay. Was bauen die da? Jo, okay. Okay, so macht man das nicht. So rollt man das nicht zusammen. Aber nicht schlecht. Boah, alles muss ich ihm lassen. Der sieht glücklich aus, ne? Was macht der da? Der war gut, der war gut, Leute, der war gut. Ähm. Kriegt der die Tür auf? Hä? Jo, also, jo, ich bin genauso einer. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Jo, okay. Okay, okay. Wir spielen die Clash of Clans. Dann sind wir da gezeugt. Der ist so gut, Leute, der ist so gut, der kommt, dafür dürfen wir jetzt auch ein Leben abziehen, Leute. Hier, Leben abgezogen. Wir haben noch zwei Leben, Leute. Was ist das hier jetzt? Okay, greift es jetzt alle damit, oder was? Also manchmal sind Hunde schon echt glüssig drauf, ne? Jo, Bro, nein. Aber ich wollte gerade sagen, die ist doch nicht echt, oder? Die ist doch nicht echt. Nein. Ja, ich muss raus. Das ist ein Oldschool-Ding. Das Ding ist, ich habe letztens einen TikTok gesehen, wie der älter geworden ist, Leute. Er meint so, ich habe immer Angst vor den Türen oder so etwas gesagt, aber auf jeden Fall würzig. Ich sehe direkt, wo das hingeht, direkt zwischen die Eier. Jo, er dachte ich so. Digga, 16 Jahre habe ich dir dafür erzogen. Da kriegt man direkt Wut. Das ist nicht schön hier in Tennessee. Ich habe nicht. Ich habe nichts. Ich habe nichts drunter. Und da haben wir nichts drüber. Keine Sorge, wächst noch. Böse, 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 ganz, 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 ganz dünnes Eis. Nein. Da fliegt er! Renn, renn, Bruder, renn, 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 ren Wie komm ich da jetzt rein? Hä, aber wer macht denn bitte schon so ein Schild, Alter? Voll übertrieben, Leute. Im Leid mein Arsch gezeigt. Im Tanga lag mein Vater. Stand hinter mir wie ein Löwe. Er hat mich auf seinen Kopf getragen. Warum? Weil ich bin seine Lieblingstochter. Das muss ich kurz überdenken. Ja, ich hab's immer noch nicht verstanden. Polizei? Hier klauen Männer nur. Währenddessen 50 Mittag weiter. Hier klauen die Männer blöd. Oh nein. Ey, komm, der war gut. Ey, Mann! Okay, pass auf, wir reißen uns zusammen. Ein Leben hab ich noch, Leute. Der war aber gut. Der war gut, der war gut, okay. Geld. Aber ich glaub, da muss man völlig nicht drauf rein. Ich brauch Hühnchen mit Reis. Hühnchen mit Reis. Oldschool, Leute. Geht kein Mann. Du nicht jeden Tag. Na, du nicht jeden Tag. Ich bin am Trainieren. Ich muss meine Arme aufpumpen. Mein Bauch, Sixpack. Ja, er hat seine Prioritäten gesetzt. Was soll man machen? Er hat seine Prioritäten gesetzt, Leute. Ich bin zu krass für Österreich. Ich sollte in New York City oder so leben. Meinung. Kannst mal bei New Yorker an der Kasse arbeiten. Ey, warum werden heute so geschossen, Leute? Heute wird einfach so geschossen gerade. Hau auf! Hau auf! Hau auf! Hau auf! Geh raus hier! Bisschen in dein Skaten. Dies, das sagst du, ne? So, es geht dem. Nein. Oh, der Hund! Der Hund! Oh, das muss weh tun. Oh, Leute. Oh, Gott. Oh, Gott. Der darf so ein bisschen jetzt spielen. Aber ich glaube, damit haben wir über die Nicht-Lachen-Challenge. Überlebt, Leute. Wenn ihr noch mehr von solchen Videos sehen wollt, wie wir jetzt hier so im neuen Setup ein bisschen rum der Einzelne und so, dann checkt euch das neue Video aus, Leute. Einfach gerne draufklicken. Klingt da drauf. Haut rein. Bis morgen. Ciao, ciao.